Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen neuen Serie hier bei mir. Und zwar geht es dieses Mal um ein wunderschönes Thema, nämlich Development Operations, kurz DevOps. DevOps ist eine Technik oder ja, nennen wir es einfach mal eine Technik, wir werden noch genauer definieren, was es ist, die in der agilen Softwareentwicklung zu finden ist. Das heißt, Softwareentwicklung, wie wird das eigentlich gemacht? Also, was kann man vielleicht noch verbessern? Wie könnte man den ganzen Prozess der Softwareentwicklung verbessern? Beziehungsweise erstmal, welche Probleme muss man eigentlich angehen? Und wir wollen uns hier heute, beziehungsweise in dieser Serie, die DevOps-Geschichte angucken, wie die an Probleme rangeht. Zunächst einmal zu dieser Serie hier, ich kann verstehen, dass das vielleicht ein bisschen abstrakt erstmal ist, aber ich sage bewusst erstmal, denn es wird nicht so abstrakt bleiben. Ähm, zunächst einmal, ja, stellt bitte vorher sicher, dass diese Serie wirklich etwas für euch ist, ähm, weil, ja, man braucht ein gewisses Grundverständnis von Softwareentwicklung, um hier mitmachen zu können. Ich habe auch einen Kurs über Softwareentwicklung, der ist allerdings hier nicht komplett Voraussetzung natürlich, aber so ein kleines bisschen eine Ahnung haben, was zum Beispiel Pushen ist oder was eigentlich Code ist, das muss man natürlich, um hier wirklich verstehen zu können, von was ich eigentlich rede. Dennoch werden wir hier keinen Code drin schreiben, sondern wir werden eigentlich nur die Methodik angucken, was man da alles beachten kann. Ähm, dieser Kurs ist tatsächlich also perfekt, falls ihr Entwickler seid, Sysadmin, also Systemadministrator, Netzwerkadministrator, vielleicht sogar im Management, vielleicht irgendwie in der IT mit irgendwelchen Softwareentwicklungsvorkenntnissen. Ähm, das muss nicht Softwareentwicklung selber sein. Wie gesagt, Management, da beziehe ich jetzt Leute rein, die wirklich selbst keinen Code schreiben, die aber selbst irgendwie mit Leuten zusammenarbeiten, die Code schreiben. Denn diese Strategie, DevOps, die lässt sich natürlich auch anwenden, falls ihr selbst keinen Code schreibt. Wie gesagt, wir schreiben hier keinen Code, wir wollen nur uns Methodik angucken, wie man besser Code schreiben kann, beziehungsweise Code im Team schreiben kann. Auf dieses Team kommt es wirklich an hier, in diesem Fall. Ähm, DevOps an sich ist auch keine Allzweckwaffe, ja, man kann da nicht einfach sagen, das ist die perfekte Lösung, sondern DevOps liefert euch bloß, oder ich werde euch in dieser Serie hier bloß Ideen liefern. Die können funktionieren, müssen es aber nicht. Und das meine ich wirklich mit jeder dieser Ideen. Jede dieser Ideen kann gut funktionieren für euren Kontext, aber sie kann auch genauso gut nicht funktionieren. Ihr solltet euch am besten, ja, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen Management, bla bla hier, aber ihr solltet euch von diesen Methodiken hier inspirieren lassen, um vielleicht daraus was für euren Entwicklungsprozess mitnehmen zu können und dadurch dann natürlich auch besser und effizienter Workflow haben, Code schreiben und eben all diese Dinge anwenden, die wir hier wirklich relativ trocken behandeln. Ich versuche das Ganze nicht so trocken zu halten, aber dadurch, dass wir hier erstmal keine direkte Praxis haben und keinen direkten Praxisbezug auch haben, wird das zunächst einmal natürlich ein kleines bisschen trockener sein. Aber auf diesem Kurs werden sehr, sehr viele Kurse aufbauen, das heißt die, naja, Feuchtigkeit in dem Kurs, die kommt sozusagen erst ein bisschen später, okay? Schauen wir uns aber mal an, was genau man eigentlich unter DevOps überhaupt versteht. Ja, zunächst einmal, DevOps ist, wie gesagt, eine Kombination aus Dev und Ops und hier habe ich mal das Rad für euch zusammengefasst, was eigentlich bei einer Softwareentwicklung alles für Schritte fällig sind. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite Planung, Coden, Build, das heißt das Bauen des Projekts sozusagen, damit der Code auch wirklich ausführbar ist und auch veröffentlicht werden kann. Der Code muss natürlich getestet werden und dann haben wir die Ops-Seite, wo das Ganze dann released wird, deployed wird und dann aber auch betrieben wird und auch überwacht wird. Also auch Feedback von Kunden ist hier wichtig, aber natürlich auch das, was die Monitor-Systeme sagen. Und ja, das Ganze möchte man natürlich irgendwie miteinander verbinden. Deswegen DevOps. Die Devs und die Ops arbeiten hier sehr, sehr eng zusammen. Das heißt, man hat die Systemadministratoren, die bisher irgendwie so ein bisschen separat waren, zu den Developers, also zu den Entwicklern und packt die jetzt tatsächlich in ein Team. Das heißt, man steckt zum Beispiel in ein Team von sechs oder, ja, ungefähr sechs Devs, also quasi Entwicklern, steckt man jetzt einen Server-Administrator rein, der ihnen hilft, das Ganze einfach nur wirklich automatisch hier zu verbinden, dass man auch wirklich eine Dev- und eine Ops-Seite hat. Normalerweise braucht man nicht so viele Ops wie Devs, logischerweise, weil man hier den Release-Cycle nur quasi optimieren muss. Man muss da nicht mehr so viel machen, wenn man es einmal gemacht hat. Aber natürlich muss diese ganze Pipeline erstmal aufgestellt werden und das kann ganz schön aufwendig werden. Ja, was wir da also alles machen wollen, ist erstmal, wir wollen hier wirklich diesen Workflow optimieren. Das ist alles, was wir in dieser Serie besprechen wollen. Wie man diesen Workflow optimiert, was man da für Hürden überwinden muss und wie man das eigentlich genau am besten anstellen könnte. Das Ganze funktioniert dann in der Praxis natürlich ein kleines bisschen anders. Das heißt, wir haben hier, naja, sehr, sehr starke automatisierte Workflows, weil die da natürlich dann auch optimiert werden. Und das machen wir hauptsächlich mit Tools. Das heißt, wir wollen in dieser Serie hier nicht unbedingt die Tools uns selbst angucken, sondern wir wollen uns informieren, was man überhaupt machen muss, um die Tools einsetzen zu können. Das hört sich sehr, sehr abstrakt an, aber ihr werdet merken, dass das auch wirklich nötig ist, bevor wir uns diese Tools dann auch wirklich im Detail anschauen können. Wobei wir das nicht mehr hier machen, sondern in jeweils separaten Playlists beziehungsweise, ja, separaten Teilen dann auch. Und ja, dadurch wird man eigentlich noch mehr agil. Das ist wieder mal eins dieser komischen Basswörter. Was bedeutet, man wird im Endeffekt mehr flexibel. Das heißt, man kann schneller mehr Software entwickeln. Denn Amazon zum Beispiel macht das regelmäßig. Amazon baut alle elf Sekunden ein neues Feature in die Plattform ein. Und das ist wirklich enorm. Elf Sekunden für ein Release. Und da muss man natürlich alles automatisieren. Wenn ich jetzt bei Amazon die Pipeline nicht automatisiert hätte, also ich habe das nicht gemacht, aber wenn die die Plattform nicht automatisiert hätten, dann wäre das absolut unmöglich geworden. Weil alle elf Sekunden den Server-Administrator zu bitten, dass man hier irgendwas verändert, das funktioniert einfach nicht. Deswegen muss hier wirklich alles so weit wirklich flexibel sein, dass das auch möglich ist. Und da müssen natürlich auch die Tests automatisch durchlaufen. Weil ich habe keine Lust, zum Beispiel wirklich alle, oder jedes Mal, wenn ich ein Build quasi baue, dass ich dann wirklich die ganzen Tests von Hand durchführen muss. Das dauert einfach viel zu lange und nimmt natürlich auch dann ein bisschen die Ruhe weg. Wie schon gesagt, schnellere Releases und auch wenige Ausfälle sind das Ziel. Und falls mal ein Ausfall vorkommen sollte, möchte man sich auch eigentlich schneller davon erholen. Das ist der große Punkt dabei. Das heißt, wir wollen eigentlich insgesamt effizienter werden. Und ja, das ist im Endeffekt das, was ich schon seit Anfang eigentlich gesagt habe. Hört sich immer noch ein bisschen abstrakt. Dann nächstes Mal fangen wir dann an mit einem Modell, was man alles beachten muss. Und ihr werdet sehen, dass da noch ein kleines bisschen mehr dahinter steckt, als nur Tools zu verwenden. Weil eben Tools auch immer irgendwelche Probleme mit sich bringen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.